und damit wieder herzlich willkommen zurück der controller funktioniert angeblich wieder ich habe jetzt ein ios bild mit der beta 4 drauf und abwarten wie es so läuft jetzt muss ich mir erst mal wieder orientieren ich habe keine ahnung wo wir sind genau ach wir waren bei ihm hier und eigentlich müssen wir wieder raus jetzt gucken wir mal ob wir uns hier so durchfotzen können versuche jetzt nur zu wenig wie akku wie möglich zu erreichen ok der feuergolem ist ja jetzt noch nicht so der burner bin ich mir nicht so ganz sicher welchen zinn er hat aber wir gucken einfach mal aua aua wo kommt denn die jetzt hier ok so das sieht ja schon ganz gut aus jetzt müssen wir aufpassen leider dann steht mir ein bisschen weit hinten da müssen wir mal gucken ich muss schon mal auf dem mausium was kommt gerade wollen wir mal ein bisschen ruhe hier rein zu bringen au na das war nicht schlecht aha der feuergolem zieht relativ schnell akku guck mal wo ist er denn ich wollte mal schnell die 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 hat ich weiß nicht wie ich das anstellen hat kann ich jetzt wieder hin oh da vorne wartenen echten haufen aua Da wenn ich so ein bisschen auf mich gucke, dass ich keinen Schaden abkriege, dann kann die Heilerin meine Minions hier so ein bisschen alles versorgen Ein bisschen weg hier Oh, das sieht bisher ganz gut aus Oh, das sieht bisher sogar sehr gut aus Ah, zurück Das ist mein Feuerkollinger drüber hier Dass es dir gut geht So Was ist denn hier jetzt? Na? Bist du wohl? Ja, jetzt halt mal Wie kommen denn die alle her? Halt dich mal selber So ist das gerade Oh Oh Ja, der Feuerwolling, der verteilt halt so dringend Schaden, ne? Aber Weg Das wird hinten auch wieder Äh Äh, ne, Moment Äh, eher hier, ne? Ne, auch nicht Oh oh Gleich, wir haben doch ein Problem Könntest du das bitte ah Könnten wir das bitte lassen? Geh weg Die Hüllen hier sind echt anstrengend Muss man schon so zusagen hier Ich habe ja das Gefühl, dass die hier unendlich spawnen kann es sein Dass wir hier eigentlich auf dem falschen Weg sind Eigentlich möchte man meinen Aua Aua, heilst du mich noch? Ja, oh Mann Die ist manchmal so dämlich Was hier Bereit für den Kampf Kommt ihr jetzt, kommt ihr, kommt ihr, kommt ihr bitte Ich glaube immer noch fast, dass wir so ein bisschen falsch hier unterwegs sind Also, ich tippe einfach nochmal drauf Das ist einfach nur so eine Vermutung Okay, ich gehe jetzt hier einfach mal raus Das hat ja irgendwie Keinen Wert Ich speier den hier mal schnell ab So Dann wollen wir zum neuen Gefährten Nein, falsch Aber ich kapiere vielleicht auch die Karte nicht Ja, aber wir müssen da lang Also, das macht ja Man könnte noch da unten lang gehen Ah, das ist echt strange Okay, das klappt auch ganz gut mit den beiden Okay Dann noch nicht umzufinden Ja, das sind halt jetzt wieder viele, ne Oh, scheiß Stille hier Ah, das ist nicht einfach Das hat die Blödsinn Ich hab's, also, entschuldigt bitte, dass ich hier so durchzupple Nein, das ist alles in Ordnung Kann's wieder gehen Wer braucht meine Hilfe? Ja, bis zum gewissen Grad boxen wir uns hier schon immer durch, ne Da kommen die hier daher Und ich hab so den Eindruck, als ob die unendlich spawnen gerade Also, das ist so Ja, hör mal auf jetzt hier Ja, ist ja Oh, hallo So, kriegt jetzt meine Heilerin einen auf den Deez Also, wieder von hinten kommen Boah, das ist so Oh, oh Mann Oh Mann Hier ist jetzt die Heilerin Ach, ist das alles anstrengend Wer braucht meine Hilfe? Oh, das sieht krasshaft aus Okay Hier sind so ein paar Gritz gelandet Oh, das ist so Warum versuch denn nicht mal, mich zu treffen? Ah, das war's nicht So, Vorsicht zu weiter Wen soll ich einen Kopf kürzer machen? Wieder vorn, bitte Kein Grund, gleich laut zu werden Ich komme ja schon Amoroxi 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 Das sind nicht wenige Das sind nicht wenige Jetzt kommt sie wieder von hinten Das ist doch Das gibt's doch nicht, oder? Das gibt's doch nicht, oder? Wen soll ich einen Kopf kürzer machen? Ja, jetzt leg mir Marsch Das ist doch nicht so Ich werde jetzt auch erstmal nicht speichern, bis ich an den Pump gekommen bin, wo ich sagen kann, okay, ab hier kannst du jetzt weitergehen. So, jetzt gehen wir uns langsam durch. Lalalala, was ist jetzt hier? Kommst du? Oh, 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 oh! Zurück! Oh, 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 oh! Das war ein bisschen abknackt jetzt gleich. Ah, 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 da kommen wieder welche. Könnt ihr die mal? Bitte nicht die Heilerin! Oh, fuck! Puh! So endet unsere Geschichte mit dem tragischen Tod unseres Helden. Ja, was wir machen müssen. Also, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Es hat echt keinen Sinn. Es hat für mich echt keinen Sinn. Ich gehe jetzt einen anderen Weg. Es bringt ja einfach nichts. Vielleicht hätte ich das schon die ganze Zeit machen sollen oder so. Wer weiß. Wer weiß. Welcher mein treuer Begleiter? Roxy! Hier schaukeln das Schiffchen schon. So. Okay. So. Oh, ich hätte trotzdem noch mal gerne ein Feuerelement. Entschuldigung. Der hat doch ganz gut getaucht eigentlich. So. Ja, Roxy, es tut mir leid. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich. So. Da unten ist eine Tür, ne? Da leuchtet es auch so, als ob ich da hin müsste. Als ob ich da hin müsste. Mal gucken. Äh, Karte. So. Dann nehmen wir jetzt... Da muss ich aufpassen. Dann nehme ich jetzt das hier mal als Speicherpunkt. Zum Verlassen. Ja, okay. Da komme ich her. Alles klar. Ah, ich bin ja schon länger nicht für da gewesen, ne? Wir müssen da runter. Wir müssen da durch. Wie zur Hölle. Was the fuck? Nein, nein, nein. Was ist hier? Oh Gott. Okay, 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 okay. Moment. Oh, ho, 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 ho. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Was, 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 was passiert denn hier? feed mal auf. Höf mal auf. Hündchen! 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 Oxi, spricht mal bitte. Ähm, irgendwann ist das kein Protektor. Dann brauchen wir die... Ich brauche mal aus mit Schaden. das war nicht gut sondern ganz ich werde mich in den stellen natürlich ist gleich wieder Da wird die Idee hinten gecastet, so vielleicht Und jetzt dann, komm mach fertig hier Mach dein Spicklein fertig Ja, das ging ja schon hin Oh, fett ne Falle Super Idee Heil den hoch, heil den hoch Ich hab keine Energie mehr Scheiße Okay, 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 okay Ich, äh, laufe mal Nur nicht jetzt ans Buch Okay Äh Ich will nicht verlassen Ähm Proxy macht da hinten jetzt erstmal Party Die hält die ein bisschen auf Dann kann ich hier in Ruhe Nochmal die Verteidigung aufbauen Der Feuer elementar war jetzt grad eine schlechte Wahl Zeit für meinen Lohn Kann ich eigentlich, was macht er hier? Holt der meine Magie auf oder was macht der? Hm, der macht Gerammel Wahrscheinlich räumt der auf Oder so Vermutlich Man weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich stehe zu eurer Verfügung, Sir So Und dann die lustige Tante noch Ich glaub den Casten wir jetzt da drin einfach mal Sollen wir sie uns einzeln, oder? Das sieht doch schon besser aus Angriff 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 Attacke Angriff Nein Jetzt hab ich das aber, glaub ich, auch mit dem Eis kapiert X Hm, entschuldigt Jetzt hab ich das auch mit dem Eis kapiert Ähm, durch diesen Feuer elementar Da können wir jetzt mal Oh, das ist viel Geld Ähm, war da nicht im ersten Stock oben auch irgendwie sowas? Mit Eis? Seid gegrüßt und herzlich willkommen Das Badenruf hat vernommen Hier seht, es gibt auch anderes Zeug So schaut euch nur um Und ich hoffe es erfreut Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist Dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss Ein Abo Doch es ist ganz klar kein Muss Es freut mich, dass ihr noch da seid Wenn's schief klingt, dann tut es mir sehr leid Ich weiß, ich weiß, was soll ich nur tun Wie sonst geh ich je zu Reichtum und Ruhm Glaubt mir ruhig schon viel, was wir getan Gebrach kann es nichts, du mein Lieblingschorn haben Und falls ihr es bisher echt auskönnt habt Dann gebt euch Respekt Und das ist ein Fart Und vielen Dank Es erfreut mich sehr Schaut wieder vorbei Denn bald gibt es noch mehr Ein Däumchen nach oben Dann gibt's auch einen Kuss Jetzt wird der Blödsinn aber groß Also ist hier jetzt mal Schluss?